Musik 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 Wir sind jetzt in Rom. Wir gehen jetzt zum Boarding-Area. See you there! Ah, ich bin hier. Hallo Leute, wir sind bereits hier in Ruhr. So, wir warten einfach für die Rezeption. Und dann, nach dem, wir gehen in unsere Wohnung. Ich zeige euch. Das ist die Entrance. Sonja in Pizza San Pietro. Ich gebe euch das später. Ciao! Ich hoffe, dass wir hier essen können. Ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Ahhhh, jetzt schiff ich! Ah! Ah! Oh, das ist gut! Bravo, bravo, bravo! Ja, das ist wirklich argolida. Hallo Leute, nachdem wir unsere Läggen in der Hotel und wir freshen auf und dann, wir gehen in Piazza San Pietro wo Papa Francis will be having a Mass hier es ist hier, es kommt ein Sünder also, das Wetter ist zu heiß es war meine erste Zeit zu kommen hier und dann, es ist so schön es war so großartig und ich bin sehr froh, dass ich Pop Francis sehen es war meine Traum, zu kommen hier, zu sehen ihn ich bin ein Roman-Catholiker ich bin ein Roman-Catholiker meine Eltern wollen ihn auch sehen aber unfortunately es ist nur mein Video also taking pictures für ihn so hi guys this is the hotel that we booked look that's the hotel that we booked today and then this is our Piazza Sanier in Vatican where Papa Francis where Papa Francis is having a Mass here look and there's a lot and there's a lot in the hotel let's eat breakfast Musik Musik Ayan. So, ang na-experience ko dito, maraming nag... Nag, ano... Nagbibigay ng mga tickets Tapos Ayaw ka lang ng ayaw Kasi, binibinta nila Napakamahal So, yan So, while waiting Sa asawa ko, nag-change muna siya Kasi, giniginaw siya Pero ang init ngayon Ay nako, sige na lang At tsaka, papakita ko sa inyo yun Ito, guys, oh Ayan Napakasilang Kasi, yung sun against the sun kasi eh Tapos, ang daming tourist dito, guys Napakadaming tao Today May bus tour kami Saan na ba yung isa Para ka hindi pa lumalabas May bus tour kami dito, guys Hinihintay ko lang yung isa Pumunta kami sa Coliseum Pantheon At tsaka, sa Spanish Steps Today Pero, tomorrow Hindi ko alam kung saan kami pumunta tomorrow So, para Maminimize namin yung paglalakad namin Kasi, nakakapagod pag palagi kaming naglalakad dito So, mag bus lang kami Bumili kami ng ticket Yesterday It's 24 hours valid And then We are going now by bus So That's it Tapos, i-keep nyo lang palagi yung mga Belongings nyo, guys Kasi, alam mo na Famous dito din sa mga Mga Kawatan or something It's not sure It's not sure like that So, be careful lang dito So, that's it Ayan Ayan Vatican Hi guys We're waiting the bus now To arrive Because we're going to Coliseum It takes 40 minutes to come there So, first tour is Coliseum See you there Hi guys! Nandito lang kami sa PAS But it's cool So, let's... So let's... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020